ARD Text im Auftrag von Funk Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hab schon geschrieben. Heute mit einem weiteren Varo. Wir joinen. Junge, ich hab meine Kifte nicht gestartet. Oh man. Ich hab's geschlossen. Ich dachte man kann erst wieder zwei Stunden. Nein, ich bin gejoint. Ich bin disconnected. Fuck, Bro. Scheiße. Okay, bist du bereit? Ich hab schon geschrieben, dass wir joinen. Wie viele sind drauf? Wie viele sind drauf? Zwei. Bis jetzt. Okay, auf geht's. Ich geh rauf. Okay, go. Go, go, go. Scheiße. Ich brauch vor lange. Oh man. Okay, Ben da. Hi. Oh, Skelett. Direkt weiter. Oder? Geht's? Wir können uns hinten, ne? Ja. Versicht Skelett. Ich weiß, ich kenn es. Ich... weiter. Lass hoch jetzt wieder. Direkt hoch. Lass... Bro, ich kann nicht sprinten. Geh du mal... Willst du alleine hoch? Erstmal Rüstung um uns zu machen, oder? Ja, ja. Dacht ich mir auch. Soll ich für jeden von uns einen Eisenbrust-Panzer machen? Ja, das kann ich auch. Wo ist... wo ist der Crafting? Hier. Warte, ich mach... ich mach Brust-Panzer für uns beide. Soll ich Schwerter machen? Ja, mach Schwerter. Hier. 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 Danke. Hier. Hier, was können wir nochmal... ich mach Full Iron, oder? Willst du direkt Full Iron? Ja. Okay. Mach. Oder? Also ich kann. Ja, mir fehlt dann halt noch ein bisschen. Kannst du dann alleine hochgehen? Nein. Oder ist es zu Risken? Ich hab noch 8 Eisen, ne? Darf ich? Ja, ja. Okay. Mach dir am besten eine Hose. Ja. Hab ich gerade gemacht, Lell. Geh jetzt hoch, oder? Ja. Ja, mach. Ich kann halt nicht sprinten. Muss kurz warten. Ich brenne hier noch kurz was. Jo. Zweite Folge Full Iron. Lell. Ist so. Ich bin voll da. Jaaaah. Boah. Nein. Bauen wir hier einfach straight hoch, oder? Straight hoch bauen ist gefährlich, you know? Also nicht straight, so ne Treppe. Ja, ja. Bau schon mal vor. Bist du das? Ja, mach mal ne Spitzhacke. Steinspitzhacke. Was ist los? Wo bist du? Ich bin hier noch. Ich kann halt nicht sprinten. Ich hab noch 2 Hungerkeulen. Jetzt müssen wir das ein bisschen ernst nehmen. Äh. Soll ich dir ne Dings machen? Ne Picke? Ja, ja. Meine ist gleich kaputt. Okay. Hab eine. Ich nehm ein Crafting Table mit. Ich hoffe ich überlebe das, ne? Ich hab... Oh! Andern Teil, Bro. Ja, ja. Schaffst du. Hier warte, ich droppe die Spitzhacke. Hast du gedroppt? Ja. Hab ich die abgesammelt? Ja, hast du. Danke. Dann kombiniere ich die einfach mal kurz. Oder an uns sneakst du? Hab ich ihn sneaked? Keine Ahnung. Scheiße. Immer dieses Anspannungsgefühl. Aber komm, wir sind voll Iron. Ja, what the fuck. Safe. Wurde in uns grad ein Berg hoch? Ja. Warte, Höhe auf 44. Ne, wir sind relativ tief gewesen. Kannst du dann so schnell wie möglich... Halt dein Maul. Halt dein Maul. Äh, kannst du dann... Oh mein Gott, ich hab eine Hungerkeule, Bro. Ja, überlebst du. Bro, bitte. Bau dich schnell straight. Ich kann halt nicht mehr springen. Ich bleib hier. Okay? Okay, Bro? Ja, ja. Ich möcht's echt nicht riskieren. Hast du das grad, der gebaut hat? Ja. Zwei hab ich hingesetzt. What the fuck? Wie hoch denn noch? Ja, es ist halt scheiße auch. Wie läuft's? Ja, ich bin immer noch nicht oben. Loll. Ah, jetzt... Hier ist Erde. Ja, schön. Hast du einen Ofen? Hm. Dann fahr am Essen und komm direkt runter. Zehn Minuten haben wir noch. Scheiße. Dann nehm ich das Eisen. Ich bin oben. Schön. Oh nein, ich brenne. Nein. Oh, Hexe. Oh Gott. Rennen. Bitte, Bro. Ich kann nicht mehr rennen. Nein, nicht dein Ernst. Und ein Creeper. Und ein Creeper. What the fuck. Nein. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich bin hier halt grad nicht zu essen. Halbe Hungerkeule. Da ist ein Creeper. Siehst du irgendwas, was droppt? Irgend... Ich bin vergiftet. Nein. Stark? Ja. Fuck. Komm her, komm her. Ja, ich geh down. Was? Nein. What the fuck? Was? Ich hab gesagt, wir sollen direkt Essen holen, alter. Scheiße, die Hexe hat mich vergiftet. Ja. Geil. Ich sterbe an Essen. Bitte. Klar, dass wir Probleme haben. Scheiße. Ja. Es spawnt halt kein Essen. Ich sterbe jetzt. Es spawnt einfach kein Essen, Bro. Das gibt's nicht. Hier ist kein Essen. Ich sterbe. Ja. Wow. Das war Varo. What the fuck? Ey. Das... Das ist auch übel unfair. Ne. Lass Leute spielen. Warte kurz. Ich ster... Ich bin noch nicht tot. Aber ich will jetzt... Spawn... Bro. In der ganzen Umgebung waren keine Tiere. Ja. Warte kurz. Ist richtig belastend. Ja what the fuck? Ich sterbe jetzt. Ich... Ich konnte nicht von der Hexe wegrennen, ne? Ja. Ich hab erst Gift bekommen und nur noch eine Damage Potion, alter. Warte ich komme. Warte ich komme nicht wieder. Ich sterbe an Hunger. Louis? Ja. Ich werde an Hunger sterben. Louis. Nein. Woran ist Liam gestorben? Hexe. Also... Damage Potion. Wir sind Full Iron. Hä? Warum... Warum bist du dem Spiel grad wieder... Weil ich... Weil ich... Problem... Probleme habe. Junge nein. Alter Liam... Was? Ihr dürft nicht sterben. Wir werden aber sterben. Wtf? Äh... Kille hier... Das Essen. Wow ich bugge. Ja? So viele Relogs. Ja? Ach nein Louis. Wir haben gerade so viel Essen bekommen. Hä? Kann ich nicht Reloggen? Wtf? Na da stand eben zu viele Relogs. Zu viele Relogs. Bei mir? Du könntest so... Ja. Ja. Hä? Wtf? Ist ja egal. Was? Ja wir brauchen ja... Wtf? Was soll ich machen? Geist. Ich sterbe jetzt an Hunger. Woah. Bro ich versuche jetzt mal was okay? Es ist... Ich werde wahrscheinlich dafür gestrikt. Okay? Bro? Bro? Okay. Er ist weg. Scheiße. Ja. Leute meine Idee war halt... Liam? Okay egal. Meine Idee war halt ähm... Dass ich so lange reconnecte. Und halt diese Unverwundbarkeit ausnutze. Bis ich halt an dieses scheiß Schwein rankomme. Mein Gott. Hallo. Bro? Ich habe einen Plan. Ja. Warte kurz. Warte kurz. Also ich habe... Ich relogge die ganze Zeit. Und ich habe ein Schwein gefunden. Oh mein Gott ich habe es überlebt. Nee. Bro. Ich habe überlebt. Ja. Weiß. Ich werde dafür eh gestriked. Aber... Ich habe überlebt. Muss ich halt als Solo jetzt durch. Weißt du was ich gemacht habe Bro? Was? Ähm du kennst ja die Unverwundbarkeitszeit ne? Für so ein paar Sekunden hat man die beim Spawn. Ja. Die habe ich ausgenutzt und ich habe Schweine in der Umgebung gefunden. Ich bin bei einem Herz geloggt. Die ganze Zeit. Ausgeloggt als ich... Als die Schulzeit theoretisch vorbei war. Verstehst? Und ich habe Zuckerrohr gefunden. Ja. Ich werde jetzt dafür gestriked. Das ist... Muss man halt jetzt in Kauf nehmen. Ich glaube das ist dann Koordinatendings ne? Oder? Bro? Kann sein. Ich glaube ich bin ein Lord Matcher. Okay. Scheiße. Willst du mir noch seelischen Beistand leisten? Ja. Okay gut. Also ich werde höchstwahrscheinlich dafür gestriked Leute. Aber... Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es ist halt ultra weird. Ich... Wer hätte ein Essen gestorben? Das kann man nicht machen. Junge ich habe gesagt wir sollen was fahren. Ja. Ich weiß. Fuck. Warum haben wir es nicht gemacht? Aber es war auch nichts da ne? Ist dir mal aufgefallen? Ein paar Hühnchen waren da. Ja. Aber Hühnchen geben ja fast gar kein Essen. Oh. Zum Glück habe ich das jetzt gefunden. Man. Es ist halt schon wieder so man. Same situation like every time. Du bist tot und ich darf alleine machen. Ich glaube ich soll doch nicht mal sprinten. Weil immer diese Leute die bei Leuten nicht annehmen können alter. Es ist doch lächerlich. Ich fahre mir jetzt so hart für Essen ne? Oh hier sind so viele Schweine. Geil. Kann ich mir auch sprinten erlauben. Ey Bro ich habe so das Gefühl ich finde unsere Höhle nicht mehr. Ne? Ne. Also es sieht so aus. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Ja. Ist halt nur ein bisschen Scheiße weil da so viel noch war. You know? Mhm. Und das hätte ich halt auch für einen Armboss etc. gebraucht. Und da war auch Lava. Hast du meine Sachen eigentlich eingesammelt? Ne. Ich weiß ja nicht wo du gestorben ist. Ja relativ direkt vom Eingang. Okay. Okay. Ja ich finde halt die Dings nicht mehr ne? Bro. Den Eingang. Ja. Geh mal kurz auf die Bäume. Äh. Kannst du es nochmal? Ist hier der Eingang? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube ich habe den Eingang gefunden. Ne. LoL. Schade. Das wärs jetzt gewesen. Warum ist Timo eigentlich temporary disabled? Ich verstehe das nicht. Ja. Ja. Also bei mir auf jeden Fall. Äh Bro kannst du die Lage etwa nochmal beschreiben? Wo die Höhle war? Keine Ahnung Mann. Wenn Timo gestrikt ist halt. Oh oh. So 2v1 und Creeper Stegi. Ich weiß nicht mal ob ich wirklich an dem Hunger gestorben wäre ne? Stört man denn Hunger? Ja. Also man geht halt runter auf ein Herz. Wenn man halt vorher weniger hat. Oh. Okay. Ja gut dann. Also man verliert nein und halb Herzen halt. Ist ja ultra dumm. Also ich weiß. Kommt ob man noch auf welcher Schwierigkeit man spielt. Scheiße. Ich hab Zuckerrohr. Immerhin. Ich glaub ich mach mir kurz mal ne Schaufel. Ich hab Ultra für Holz. Aber wie viel Glück kann man denn haben? Dass man direkt da wo man draus kommt seine scheiß Hexe hat halt. Ja hast recht. Das wär echt scheiße. Unlucky. Ich wär halt auch immer gerne im Kampf gestorben bei so nem scheiß Projekt. Ja. Hm. Also auch. Also du bist jetzt wirklich nur durch die Hexe gestorben ne? Ja. Oh rip. Hat die Hexe dir direkt ne Damage Potion reingepfeffert? Ja die hat mir ne Vergiftungspotion reingepfeffert und dann noch Damage hinterher halt. Ja. Oh. Das tut weh. Ich glaub die Vergiftung hab ich sogar übergeben. Äh mit ne halben. Aber die Damage die triggert. War das Damage 2? Wie viel Herzen hast du verloren? Keine Ahnung du. Ich bin dann doch gestorben. Das ist doch. Weiß ich nicht. Das ist doch jetzt doch egal alter. Was ist jetzt immer zufällig welche Stufe die Potion ist die die Hexe wirft oder? Weiß ich nicht. Deswegen wollte ich dich ja fragen wie viel Damage. Und danach. Oh fuck. Ich bin so nervös. Ich müsste theoretisch jetzt auch disconnecten. Ich bin etwa mit den Boys rauf gekommen. Warte kurz. Ich geh mal kurz zu denen. Ey Jungs. Steu ich? Ne ne alles gut. Ich hab's gesehen. Also. Soll ich euch erzählen was ich gemacht hab? Was hast du gemacht? Also ich wär halt am Hunger gestorben. Ja. Ich war auf einem Herz. Und ich. Bevor. Ich. Dacht mir so. Ich save mich. Hab ich da ein Schwein gesehen. Was mach ich? Schlauer Boy. Okay. Ich los. Ich. Ich. Ich benutze. Die. Unverwundbarkeit. Also ich nutze es so aus. Und. Ja. Deswegen hab ich das ja auch geschafft. Easy. You. Multi혼.